Hallo Kameran und Herzlich Willkommen in der nächsten Folge von Harzdoin Standard Lenkt. Heute werden wir uns nochmal mit dem Akro-Prinz begnügen, wobei ich den Namen eigentlich gleich ändern könnte. Akro, also Prinz Ex Tess eher. Komm, ich finde ihn ein cooler Name. So, ein schönes Deck. Weil wir hier unseren Prinz haben und wir haben Tess. Und wir packen, haben diese Karte und eben diese Karte drin, um Tess ein bisschen was an Wert zu geben. Und schauen wir mal, ob das klappt. Kann ich nicht versprechen, aber einfach so ist es immerhin wert. In Hoffnung, dass wir erst mit dem Prinz, also mit unserem Deck, wobei es gar nicht so aggressiv ist. Das passt nicht mal so richtig zur Aggressivität. Nebenbei, neues Season irgendwann. Ich weiß nicht, ob ich schon ein Spiel in der neuen Season gestartet habe. Jetzt ja. Und wir kommen so schnell zu einem neuen Gegner, dass ich nicht mal kranken muss. Das ist nicht schön. Hui. Mal sehen, was passiert. Ob wir gewinnen können. Wohlwissenring 16 theoretisch, das ist immer möglich. Diese auf, mit diesem, ja, da. Gegen Guldan. San-Genau, San-Guin, die ist gut, weil sie den Prinz beinhalten wird. Sogar besser als der in dem Fall. Weil sie holt mir definitiv 100%ig den Prinzen. Den Prinzen nicht vorhat. Den hatte ich vorher nicht drin, ne? Den habe ich reingepackt, weil er super gut natürlich ist in diesem Deck. Leider so viele Minions gezogen. Sie war eine einzige Minion, die ich gerne gezogen hätte. Ja, das scheint mir ein ganz normales, bestimmtes. Oh, wir haben sogar die Karte, um den Prinzen zweimal zu aktivieren. Das ist ziemlich gut. Also Runde 5 ist etwas spät, aber können wir doppelt machen. Immerhin. Ein Dreier hatte ich keinen gezogen. Das ist richtig schlecht gezogen. Weil wir richtig viele Dreier. Keinen einzigen gezogen. Richtig langsamer Start. Gegen den Yarmik. Gegen Cube Lock. Das könnte uns alleine schon deswegen den Sieg kosten. Weil wir keinen Dreier gezogen haben. Man kann Runde 4 das machen. Das ist sogar egal, weil ich den Prinzen jetzt hier will. Können das auch ihr machen, aber es ist natürlich viel sinnvoller auf dem Kimpfen. Wir können die beiden sogar aktivieren. Das ist ziemlich gut. Jetzt kein Minion zu ziehen, war sehr gut. Wir haben mindestens noch 5 Nicht-Minions im Deck. Irgendwann soll ich den angreifen. Das ist nicht gut, dass er den hat, finde ich. Oh, natürlich haben wir den gezogen. Mal sehen, wie effektiv das noch ist. So steht er später Stunde. Ja, wir greifen den an. Oh, wir haben keinen Dämon. Entdeckt einen Dämon. Ich hoffe, einen, der nicht im Deck ist. Ist eigentlich gar nicht so schlecht. Jede Karte ist jetzt immer verdoppelt. Stärkemäßig. Den können wir an. Ja, mit unserem hier. Äh, ja. Wir entdecken mal eine Karte. Vom Gegner? Oh, den zu rufen ist doch ziemlich gut. Ja. Wir könnten den sogar jetzt beschwören. Wir würden aber ein paar unserer Karten verlieren, die eventuell ziemlich gut sind. Rufen wir einfach den und fertig. Oh, da sind wir einen guten Betest natürlich auch, weil wir dann noch einen Dämon entdecken werden. Gegen einen Schaden nehmen. Wir könnten auch zwei Schaden an uns machen dadurch. Nun ja. Den werde ich wahrscheinlich so spät wie Möcke aktivieren wollen. Aber am besten noch, bevor wir Test ziehen, damit wir sie nicht abschmeißen. Oh, das ist egal. Wir haben ja die Karte alleine dadurch. Äh, wir könnten, sonst können wir glaube ich nichts machen. Oh, der ist gut. Und dann töten wir logischerweise ihn. Weil wir es uns nicht erlauben können, dass unser Feld aber verschwindet. Hahaha. Der ist cool. Den hätte ich... Oh, ein 4-6er mit Gottes Schilde. Schon sehr gut. Wenn wir denn... Oh, wir könnten den angreifen. Und dann ihn beschwören. Plus ein 5er. Das wäre ja auch cool gewesen, ja. Aber... Ich brauche niemanden. So. Und schon haben wir wieder ein gutes Feld. Allein mit dem 4-6er. Okay, nächste Runde. Wenn wir wollten... Den vielleicht später, wenn er einmal eine Massenfindigung gespielt hat. Dann den. Oh, das ist ein bisschen langsam. Oh, schau mal, Schattenschritt. Können wir auf einen von denen machen, theoretisch. Oder auf sowas. Ups. Ist was runtergefallen. Wir werden jetzt... Werden wir... Für den vielleicht einmal spielen. Für mich allein. Befreit mich. Befreit mich. Können wir spielen den jetzt einfach. Ihr wisst nicht, was euch erwartet. Und retten den aus seiner Verdammtes. Vor allem, weil wir den ja wiederbekommen. Schon ziemlich gut. Oh, komm, einen Angriff mehr. Nein, not. Hehe. Tess ruft uns den. Plus die Karte, die uns Nimon auf die Hand gibt. Plus den, hoffentlich. Wenn wir Tess nicht ziehen sollen. Wir können nächste Runde zum Beispiel ihn. Und ihn spielen. Plus je nachdem, was er macht. Ja, das ist egal. Damit tun wir den alleine schon. Ziemlich gut. Oh, wir haben die Karte. Das ist natürlich noch geiler mit ihm. Ah, nicht mit ihm, aber... Ah, natürlich möchte ich ja egal. Wenn wir die abwerfen, ist das eben so. Scheißig drauf. Ganz ehrlich. Die ist nicht unbedingt wichtig. Das war's. Mir ist wichtiger, dass ich den nochmal rufen kann durch Tess. Weil das einfach zu gut ist. Auch wenn die andere Karte natürlich super gewesen wäre. Wir können lieber einrufen, wenn wir wollten. Machen wir wahrscheinlich sogar. Wieso nicht? Ach. War noch viel zu leben. Könnte etwas unangenehm für ihn auf Dauer werden. Wenn das so weitergeht. Wenn er nicht noch mehr Karten hat, um... Dagegen etwas zu unternehmen. Ah, da ein 5, 6er nebenbei. Vor fünfmaler? Schon gut. Oh, leider hat er seine... Au. Ist nicht meine Schuld. Ja. Ist schon mal kein Cube Lock einfach, sondern einiges anderes. Control. Oh, der ist gut. Sack. Mal sehen, wie lange er noch meine Diener jedes Mal töten kann. Und wenn wir Tests ziehen, wird es ziemlich geil. Oh, den sollten wir nicht... Das ist etwas unangenehm. Weil da ein Diener, nicht nur Gegner schenken, sondern einigen Diener vernünftet wird. Würde also lieber erst Tests statt den aktivieren, tatsächlich. Aber können wir offensichtlich nicht. Ah, die bringt jetzt nicht. Na ja. Wir haben auch Leben bekommen. Das ist cool genug. Unser Value Prinzen Deck. Da werden sogar sechs oder so nicht Diener im Deck und haben dann Diener gezogen, bevor den Prinzen spielen konnten, leider. Oh, drei Schaden auf alles gehe ich mal von aus. Irgendwann kann er keine Massenvernichtung mehr haben, oder? Oh, Tests wird so richtig gut. Hoffentlich vernichtet Tests nicht einer unserer Diener. Oh, das ist natürlich jetzt... Aber gut, mit Tests. Wir können den mit Tests, glaube ich, sogar weiter aktivieren, oder? Das heißt, wir kriegen... 13 Schaden auf einmal hin. Wenn wir Tests ziehen würden. Bei Tests kostet acht Mana. Wir kriegen einen, der fünf ansturmert. Ja, das ist voll wichtig jetzt. Oh. Ich will ich das nicht aktivieren, nur um zwei Diener zu ziehen, aber... Bleibt mir nichts anderes übrig, wie es aussieht. Ah, dafür haben wir die Karte. Sehr gut. So gut wie er geht. Los geht's. Von fünf und von vier. Und wir haben noch einen 7-7er. Ah, sehr gut. Und wir haben noch einen Deck hat. Heißt, seine tolle Dämonen-Dinger bringen nicht so viel vor. Weil das schon alleine zehn Schaden sind. Die er sich nicht einfach gönnen kann. Deswegen macht er ihn tot und kriegt acht Dämonen. Und drei Neuner. Ja, das ist der, der hat keinen Ansturm, dieses Deck. Hm, auch nicht schlecht. Kommt, tanzt zu meiner Melodie. Oh, den könnte ich spielen. Ja, wieso nicht? Er kriegt ein bisschen was zusammen. Wir müssen auch aufpassen. Wir haben nur noch acht Leben danach. Na, ist das. Das ist brutal. Tess würde richtig viel machen. Weil wir auch drei Leben dazu bekommen. Und ein Geiler würde zwei Schaden kriegen. Wie er nur face geht. Das heißt, Massenvernichtung. Gehe ich mal wieder davon aus. Acht Mana? Ui. Er hat auch nur noch sehr wenige Deckkarten nebenbei. Oh, nicht Test. Test war richtig gut. Wir haben keinen Dämonen in unserem Deck. Ah, ich hätte... Der ist gerade besser. Ja, ich hätte die andere Karte machen sollen. Ah, egal. Wir haben ihn an 7-7er beschworen. Für fünf Mana. Das ist okay. Und wir haben noch eine Karte. Einen Dämonen wieder. Ah, jetzt würde er nicht mal Tests helfen, oder? Wahrscheinlich nicht. Weil er so viele Dämonen bekommt. Oh, das ist eine gute Karte. Oh, auf ihn wäre so gut, wenn das möglich gewesen wäre. Ah, wir sind tot, oder? Nein, das sind drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Ja. Oh, nein. Und ratet mal, wieso wir tot sind. Ah, wir haben nicht mal Tests gezogen. Welch Zufall. Oh, das habe ich vergessen. Diese Scheiße, die wir da mal am Anfang... Das ist echt das Beschissenste, was die machen konnten. Mit dieser Scheiß-Struhe. Ich habe Tests im Deck, oder? Das ist unglaublich, dass Tests quasi... Immer unter den letzten fünf Karten war Tests nebenbei. Hätte schon ruhig früher kommen können. Die hat uns den... Einmal... Einmal... Den Sieg quasi gebracht. Meine, mit Tests hätten wir ja ein fünf Dings bekommen. Wir hatten... Wir hatten zwei, drei Diener bekommen. Wir hätten nochmal ein bisschen Leben bekommen. Das ist sehr gut. Ich würde sogar fast schon die behalten, aber... Ah, Tests ist so gut, dass man... Ich behalte sie einfach. Weil ich Tests sehr gut finde. Damit ich sie überhaupt mal bekomme, ja? Verdammt. Und wir haben den Prinzen First Turn. Er gibt nur einem Plus einen. Also wir würden durch Glück noch bestimmte Karten bekommen. Tests braucht doch nicht unbedingt den Bonus durch Dings, deswegen sie aufzubewahren. Bedeutet, die anderen Diener, die eventuell mehr Vorteil daraus haben, dass sie Plus Angriff und Leben bekommen, profitieren davon etwas mehr, wenn sie im Deck bleiben, statt dass ich mir Tests reinmische und dann einen Diener bekomme, der eben von dem profitieren würde sonst. Meine 8 Mana 7-7 ist natürlich besser als 8 Mana 6-6, aber der Effekt ist schon alleine gut genug. Und wir können sogar sofort mit dem Coin anfangen. In der Hoffnung, dass er dann in Runde 3 zerstört ist, damit wir den rufen können. Ansonsten der eben. Hallo, Lunara, Fifa, hm, kommt mir bekannt vor. Fifa. Ja. Zack. Erstmal mit dem Prinzen gestartet. Ist schon mal ein guter Anfang. Ja, ohne die Einsätze sind wir etwas drauf. Oh, wir können unsere Waffe wahrscheinlich ziehen, ja. Oh, da. Seht her, wie gut das war, dass wir den gecoint haben. Der ist nämlich gut. Als 3-4er ist dann natürlich besser. Oh, ein 3-3er, der uns auch noch eine Karte gibt. Das ist zu gut. Viel zu gut. Finde ich zumindest. Also nicht viel zu gut, aber schon sehr gut. Verbrauchen, was man natürlich erhält. Na, Fifa, was hast du vor? Zwei Runden, nichts getan. Hat er sie an Rüstung gemacht und uns nicht angegriffen? Hä? Oder ihn, hä? Stimmt, oder? Nee, er hat es aber... Doch, wir haben auch mit der Waffe angegriffen. Ja. Was ist das für ein Gegner? Ich verstehe nicht. Oh, er hat auch Keleset. Das wäre toll. Äh, wir könnten auch... Blut wird fließen. Das eher machen. Oh, das hat mehr Sinn. Aha. Wenn wir die nicht abgeschmissen, hätten wir auch noch gewinnen können. Die Geisel wird alle verschlingen. Oh. Das ist sehr gut. Ja, sieben. Das ist aber egal. Schau, was wir hier haben. Oh, ho, ho, ho. Die ist ziemlich gut. Für mich allein. Los. Ja, ja. Und 6-4er. Tja. Oh, den hat er gezogen, nachdem man Keleset bekommen hat. Oh, soll ich die Waffe einfach spielen? Ah, der ist trotzdem besser. 10 Mana ist natürlich super, aber... Gerade mit Tess. Oh. Tess erst spielen. Und dann, wenn man die Waffe 10 Mana bekommen hat, dann... Warte, wir könnten die Waffe spielen. Und dann nochmal die Waffe spielen. Dann wird die auch zerstört. Das ist ja ein richtig geiler Kombo. Wir könnten den jetzt einfach spüren oder einfach den. Bringt wahrscheinlich jetzt nicht so viel, außer dass er immer auch da ist. Ist gut genug. Also, das ist ja schon geil. Ja, ach stimmt, das spielt er. Ich habe vergessen, dass sie das machen. Ja, das ist etwas unangenehm. Einen 12-12er zu haben, den man nicht mal anvisieren kann. Vor allem kriege ich den mit Tess ja auch wieder. Würde ich dann doppelt zurückkriegen? Oh Gott, wäre das gut. Oh, wir könnten den auf den Tess machen. Ist auch sehr gut. Wenn wir den jetzt zurück machen, ist er zwei Mana, nicht wahr? Ich glaube, es kann ganz gut sein, erst mal ein bisschen zu verteidigen. Wird das ewig so weiter gehen. Wird das ewig so weiter gehen. Oh, 6 plus 6 und 12. Und ich glaube, der hat, ja, nur zwei Zauber im Deck. Das ist die 10 Mana-Karte. Das heißt, er wird auf den 12-12er angewiesen sein. Pech für ihn. Wir könnten sogar im Notfall das machen. Aber das ist schon geil. Mit ihr. Und dann den. Und dann nochmal den. Kombo-Breaker. Und dann nächstrunde das plus das. Weil wir die zerstören. Also werden wir die zerstören bekommen. Stimmt, geht nicht im nächsten darauf zurück. Oh, okay. Das ist jetzt brutal. Das ist wirklich brutal. Oh, ach, 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 das ist nicht so brutal. Okay. Vier. Im nächsten Zug könnten wir das machen. Wir könnten den. Den werden wir machen müssen. Los geht's. Befreit mich. Befreit mich. Ähm. So. Wieder einen verbessern hier. Zack. 5-3 ist immer noch besser als 2-3. Ich weiß nicht, ob das korrekt ist, was er da macht. Oh, jetzt. Oh, das kann. Okay, es wird nicht sehr wahrscheinlich auf ihn gehen. Es könnte auf einen seiner anderen Diener gehen. Und sein Face oder mich. Also eigentlich mehr auf sein Feld. Also, wow. Außer er lag drum ohne Ende. Dann passiert auch sowas. Ah, wir haben verloren. Ich meine, hallo. Ach. Wir haben verloren. Kommt. Tanzt zu meiner Melodie. Ja. Ja, wie beschissen ist das denn bitte? Das sind... 8, 13, 17, 22 Schaden, 23. Und er hat möglicherweise noch so eine. Also es sind genau 28 Schaden und wir sind tot. So viele Möglichkeiten. Also gut, könnten wir auch noch, aber... Ist egal. Ha, so gut wie erledigt. Natürlich lagt unser Gegner rum ohne Ende. Mit der Karte. Ich meine, hallo. Die 10er Karte trifft irgendeinen... Die hätte alles treffen können. Aber es trifft meinen Diener. Mein Feld. Wie sollen wir das denn jetzt noch schaffen? Selbst mit ihr bringen wir da nichts hin. Wir können den spielen in Todee nochmal. Und dann können wir einen davon spielen zum Beispiel. Das ist möglich. Aber dann haben wir immer noch verloren. Das ist Pech. Das war echt Pech jetzt. Guck mal, hau. Dass er so gelackt hat. Das ist... Das ist einfach nur pur Lack gewesen. Wir können jetzt zwei davon aktivieren. Ich meine, und dann sind wir aber immer noch tot. Weil das... Den töte ich. Und den töte ich. Okay, dann kriegen wir vier, fünf Säge. Dann sind wir nicht tot. Okay. Müssen wir wirklich sein? Ein Lebensdings töten, weißt du? Das sind zwei Schaden jeweils. Wir haben 20 Leben. Das ist okay. Vier, sechs, acht, neun. Selbst mit seiner Karte sind das höchstens vier, zehn. Okay, 18 dann. Wenn er nicht, äh... Das gemacht hat, was er gemacht hat. Was haben wir mit Tess bekommen? Nur eine Karte. Nur die. Wir können noch mal auf zehn Mana gehen, aber... Auf sechs Mana, nachdem wir den gespielt haben, quasi. Scheiße. Das da? Wir kriegen zweimal sechs Rüstung, oder? Oder wollen wir noch mal... Komm, wir suchen lieber noch mal nach einer besseren Karte. Ich meine, wir können das dauerhaft machen jetzt, aber... Bringt mir nicht viel. Hm. So, wir haben zehn Mana. Okay, wir haben die Karte, das ist sehr gut. Wir sind wahrscheinlich trotzdem da nicht tot. Aber was soll ich denn noch machen können? Wir haben auf jeden Fall lustige Action machen können. Yay. Jetzt würdet er... Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ihr seht, wir hätten viel machen können. Aber... Ich hatte zweimal die, dann hätten wir zwölf Rüstung gehabt. Also, ich muss zugeben, ein Diener ist nicht so gut, wie ich mir gehofft habe. Es ist falsch, aber gerade in der Situation ist der Einzelkämpfer etwas schlechter als... Wir können auch mehr Diener spielen, natürlich. Also... Mehr Spott... Spottis? Wo ist er denn, unser Einzelkämpfer? Er ist besser, tatsächlich. Ja, das ist... Eine Runde machen wir noch. Komm. Das ist... Auch wenn das... Das war echt unglücklich, was hier passiert ist. Gibt's ihm mal eine große Folge? Nur verloren bisher, aber das letzte Spiel zählt ja absolut nicht. Das war einfach trauriger Shit. Seid auf der Hut. Ah, die behalten hat... Nee, wenn wir keinen Prinzen haben, definitiv nicht. Weil der Prinz ist ein bisschen wichtiger. Wir haben eine von drei Karten, die wir bis Runde 4 ziehen wollen, damit wir Runde 5 spätestens und den Prinzen aktivieren können, obwohl das ein bisschen spät ist. Ich nehme ein Buch! Den Prinz jetzt ziehen wir immer noch sehr gut. Haben wir nicht. Schade. Hm... Er hat auch den 12-12er bekommen. Das war schon hart, der nicht anziehbar ist. Und wir haben keinen einzigen... Ja, okay. Wir haben zumindest... Los geht's! Können wir Runde 4 anfangen mit dem Prinzen. Das ist okay. Runde 4 Prinz. Ich spiel gegen euer Gegner. Also insgesamt ist dieses Deck, glaube ich, trotzdem nicht wirklich gut, was wir hier spielen. Aber immerhin haben wir eine Prinzen-Runde 4. Hey, das ist doch schon ganz gut. Gut. Ich nehme ein Buch! So, macht ja auch einen Schaden, Mr. Und... Ja, wir haben den natürlich gezogen. Natürlich noch ein Diener. Obwohl wir noch so viele Nicht-Diener hatten. Wahrheit findet sie... Vor allem er. Gerade er. Einer der besseren Diener. Die man hätte ziehen können. Haben wir natürlich gezogen, bevor wir den Buff kriegen. Ein Doppel-Buff wäre eben gut gewesen. Auf Diener, die sich verdoppeln. Naja. Kann man nichts gegen machen. Schauen wir mal was. Egal welchen Diener er bekommt, wir können den Diener töten. Wollen wir seine Diener töten? Nein. Ja. Okay. War der erste. Was können wir nächste Runde machen? Wir werden... Wir können trödisch in der Form alle drei töten. Danach könnten wir zum Beispiel... Naja, so einspielen. Oh, eins, zwei, drei, vier. Das hat er dir aber schön ausgedacht. Ja, okay. Das war einmal eine Massenverdichtung weniger. Oh nein, hat meine Waffe zerstört. Was werden wir dagegen machen? Oh, drei plus vier ist gut. Entweder werden wir den aber spielen und dann wohl Waffe wieder. Tja, so einfach geht, oder? Einfach die Waffe wieder ziehen. Hm. Wir haben noch keine einzige Karte bekommen. Wir haben vier davon im Deck, die uns die Karte vom Gegner gibt. Oh ja! Sie werden jetzt mir dienen! Diesmal haben wir ja keine Karte, die an Dämonen vernichtet. Deswegen werde ich den ignorieren. Und lieber facegain. Hoffentlich hat er alle Dämonen gezogen. Oh, das war so geil. Oh, wir haben Tests. Oh, wir haben Tests. Noch bringt sie nichts. Oh, wir haben Doppel-Buff. Immerhin. Und 3-7, das macht die auch sehr gut. Ja, warum wir einfach können Schaden machen, ist immer gut. Ist schon 4-4, oder? Und was so? Ich könnte ja auch einfach so spielen. Natürlich noch mehr Dienen vorgespielt, noch viel besser. Oh nein, ein 5-7er. Klar, den kann er kopieren. Also, kaputt machen durch seinen Block. Cube, Lock, Cube. Ich weiß nicht, wie das alles auf Deutsch. Würfel. Würfel. Das... Der Verschlinger-Würfel. Vielleicht. Wahrscheinlich nicht. Oh, schon wieder... Hä? Da hatte doch schon Zweier. Das war dumm. Nee, er braucht einen 1er. Stimmt. Ah, sorry. Oh, ein paar Dämonen auf der Hand. Ich würde das nicht machen wollen. Wollen wir das auf einen Diener spielen? Nur damit er stärker wird? Bringt mir nichts, oder? Wir machen das einfach. Den können wir noch besser spielen. Den können wir noch besser spielen. Zack. Oh, wir haben 8-7er. Ja. Was hat der Gegner vor? 1-8-7er. Oh nein, er wird den kopieren. Die magtest mich zu beschweren. Der magtest mich zu beschweren? Aber das ist schon hardcore. Wir können da zwei Schaden machen, damit er stärker wird, aber wir spielen einfach... Sollen wir den spielen? Na, wir sollen nicht kommen. Ha, Double Buff! Auf den, das war wichtig. Die haben sich gegenseitig gebufft, okay. Nein, jede Runde kriegen wir immer irgendwas zustande. Das ist schon gut. Der hat auch Acht. Warte, der hat Acht! Der hat keinen Spott, oder? Bin ich dumm? Oh Gott, ich bin dumm. Ich bin richtig dumm. Ich hab den Sieg weggeschmissen. Ah, oh mein Gott! Ja, wer rechnet da... Oh, das ist echt ziemlich gut. Wir können den sogar spielen. Aber das bringt mich nicht viel. Diese Aktion kann ich nicht ausführen. Diese Aktion kann ich nicht ausführen. Ach, der ist verletzt. Dann müssen wir etwas spielen, ich war? Traurig, aber... Ich frage mich. Ne, das kann ich nicht machen. Äh, spielen wir eben einen 4-4er. Die Bruderschaft wird Sieger! Los geht's! Das wollte ich nicht machen! Und er hat noch... Er hat kein einzigen sein Dämonen... Dings. Er hat dennoch drei Fünfer, die auch angreifen können. Das waren 17 Schaden von... Zehn Mannern. Und er zwei, drei, neuner. Oh nein! Einen Fünfer, den könnten wir angreifen damit. Das ist so traurig. Ja, es ist traurig, dass wir das aber verpeilt hatten. Mehr machen wir nicht. Das war mein Fehler, den Sieg einfach wegzuschmeißen. Immerhin haben wir ihn. Er kann wohl dann erst spielen, wenn er erst mal, dass er loswerden muss. Warte, den? Hä? Das macht keinen Sinn. Der hat ein 5-4er. Letzter statt lieber ein 5-3er. Ach so, toll. Aber trotzdem, eigentlich dumm. Vor allem, dass er jetzt face geht, ist ziemlich dumm, weil wir den da haben. Na gut. Jeder, wie er will. Oh, wir schauen mal, was wir hier durchbekommen. Oh, der ist ziemlich gut. Ich glaube, ich schicke ihn mir zurück, weil das eine gute Sache ist. Ja, so gut wie er denkt. Obwohl, wenn er drei Dings bekommt, sind wir am Arsch. Ich weiß. Aber wir haben hier 8 Achter. Das sind 18 Schaden. Wenn er mir jetzt mit Gul'dan nicht zufällig... Wenn er nicht... Es muss nicht sein, dass er dreimal den 5er bekommt. Kann passieren. Muss aber nicht. Vor allem nicht auf die Art. Oh, das ist sehr gut. Vor allem, weil wir den Dämonen ja wieder ausspielen. Dank Tess. Oh, das sind 12 Schaden immer noch. Wenn wir den nicht... Also, wir werden den natürlich angreifen. Oder? Werden wir doch einmal... Aber... Ne, wir werden den auf jeden Fall bespüren. Wir haben unseren eigenen Dämonen. Vielen Dank. Damit ist Tess jetzt deutlich besser. Und er kann nicht aber festgehen mit seinen dreien. Hat er etwas zu spät gezogen? Oh, er hat genau... Er hat nur 2 bekommen auch. Sehr gut. Das hat er richtig hart verdient. Okay, wir könnten sicher einen neuen Dings bekommen. Oder... Oder wir spielen den aus und hoffen, was Besseres zu kriegen. Ja. Oh, das ist ziemlich gut, würde ich sagen. Damit töten wir einen von denen und kriegen sogar Leben dazu. Wieso nicht? Und Tess wird noch besser. Dadurch, alleine. Oh, wir können noch so ein spielen. Ja, so gut wie er lebt. Sollten wir... Ne. Wir machen... Lassen wir das so erst mal. So, ich meine, Tess holt uns jetzt erst mal den 3 9er und dann noch in der Hoffnung, dass wir keinen Dämonen von uns zerstören, sondern vom Gegner, noch 8 Leben dazu. Und wir können vorher, wenn wir die Einser-Karten sogar spielen. Der begeht wirklich face. Das ist schon hart. Oh, oh, oh. Warte, das ist doch erkannt. Oh. Aber nur 10 Schaden sind das. Das ist okay. Das sind 10... Wir werden Testspielen. Hoppen, dass wir nicht unseren eigenen Dämonen töten. Ah, sehr gut. 5 Leben dazu bekommen. Sehr gut. Und wir sollten den vielleicht töten. Die können angreifen, ja. Wir kriegen ja schon 3 Schaden. Das ist doch nicht vergessen. Massenvernichtung. Und er kriegt 3 Leben. 8, 11, 16 Schaden, 17. Das heißt, uns fehlt 1 Schaden. Scheiße. Oh nein. Hätte ich gerade mit allem face gehen müssen. Und selbst dann hätten wir wegen ihm... Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Ihr könnt den Schatten des Todes nicht mehr kommen. Wir haben... Ah, 5 Rüstung bekommen. Plus 3. Und wir sind nicht anziehbar. Das heißt, selbst wenn er eine Massenvernichtung hat, die 3 Schaden und alles macht. Raus aus meinem... Ah, jetzt müssen wir natürlich irgendwas Gutes trotzdem ziehen. Hey, wir töten Q-Block. Das ist nicht gut. Also, vielleicht. Muss nicht sein. Weil er einen 5er-Diener von uns töten kann. Aber wir haben mehr Leben als vorher. Das ist immer noch gut. Und er macht sich Schaden. Und er kommt noch die. Oh, das ist sehr gut. Nochmal so einen. Ich will den aber doppelt spielen. Da wir wenig Leben haben. Nehmen wir den, oder? Bitte gehen. Ich werde eben... Oh. Zwei Schaden an alles Kriegen wir keinen Tod damit Das ist auch ziemlich gut Die Frage ist, wir haben nur Was spielen wir eher Ich glaube wir spielen eher den, oder? Obwohl wir können zwei davon spielen Aber nächste Runde zwei davon Das ist mehr Schaden auf Einschlag So, und nächstes Mal kriege ich da Zwei Schaden, darf man auch nicht vergessen Und das sind sieben Wir machen gerade 15 Schaden Ah, stimmt, wir haben die Karte Das sind sieben plus drei sind zehn Und er konnte aber nicht uns dafür angreifen Okay, den ignorieren wir dann einfach Oh, wir haben gewonnen Okay So geht das hier Dämonen-Power Oh, warte, er ist ja gut gemacht Ist doch nicht wahr Ja, das war eine coole Runde Also, so Leute Kann das vielleicht auch mal funktionieren Eine coole dritte Runde Dafür haben wir jetzt ewig lange gespielt Ich hoffe, ihr hattet Spaß Ein Doppel-Schuh würde mich freuen Kommt her auch Und bis zum nächsten Mal Ciao